Und noch eine Live Route. Was ist das denn hier? So, ich dachte, ich wäre da irgendwie eingesunken. Ja, egal. Da kann man gleich runter, da links. Ja, einfach mal alles. Abgaben. So, hier lang. Ah ja. Ja, genau. Ja gut, da können wir raus schicke tolle Lampen bauen. Die wie die Lagerfeuer die Gesundheitsregulation erhöhen. Passive. Die Schläge können wir auch mitnehmen. So, es sieht ja doch nicht da links runter, aber egal. Da oben links, da wo ich sie erstmal da wollte. Da geht's ja auch. Wir wären aber wahrscheinlich an derselben Stelle angekommen. Jo. Mit Sicherheit. So. Jo. Locker. Oh, guck mal. Jetzt finden wir den einen nach dem anderen, wo wir sie nicht mehr brauchen. Genau wie in Light Spritz. Ja, ich glaube, wir haben jetzt aber so viele Lebenspistalle, dass wir... Aha. Noch eine Falle. Und da ist noch der Active Storm Logs. Gut, okay. Sonst ist da keiner mehr. Ja. Nein. So. Ich glaube, es hilft auch so ein bisschen. Ja, äh, links und rechts zu gehen. Und in der Hoffnung, dass es vielleicht mal eine Limitbox kommt. Nachdem ist das Auge wieder. Boah, schon länger. Ja. Ich glaube, ich spawne eine Limitbox irgendwann mal so heute noch. Ich glaube, ich spawne eine Limitbox irgendwann mal so heute noch. Wollen wir überhaupt jemals einen Clantaminator finden? Äh nicht hier, Clantaminator, wie heißt das Ding nochmal? Extractinator! Ah ja, jetzt hab ich gar keinen Bock das Ding zu demontieren. So. Das ist aber auch echt sehr wichtig gefallen, auch so. Ja gut, haben wir das auch noch weg, was so schön ist. Ja, nein, so. Ja, Viecher ist. Egal. Nimm das mal. Das. Oha. Blöde Arschlochbrunsel. Ach komm hier. Wir haben's doch. Das ist der Tag. So, Knopf mitnehmen. Da ist die Brown Pressure Plate. So. So. Oder? Jupp ist es Tag geworden. Also war es doch schon spät in Nacht gewesen, als ich festgestellt habe, oh es ist Nacht geworden. Oh neun Minuten ist jetzt auch nicht her. Oh. 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 So. Oh. Oh, das muss ich noch mal kämpfen. Schnaaach! Ja genau! So war ich natürlich aus! Wenn er mit Stacheln von unten kommt, gerade nach oben! Äh, aus war ich! So, ein ungeziefer Ehe! Ich glaub das ja nicht! Ach guck dir das an! Dich nehmen wir noch mit! Äh, ich sag nix! Ich sag nix dazu! Ach ja! Ah, da ist die Kiste! B-Button brauchen wir nicht zu benutzen! Da bringt uns gar nichts! Und das ist auch die Kiste! Oder? Ne! Ah, es wird nicht angezeigt! Interessant! Und es ist... ... 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 Ja, als wenn die Viecher es riechen, dass ich gerade das Ding abgelegt habe, um hier nochmal wieder in die Gesundheit zu dezimieren. Jetzt kommen wir da hin, ohne 40 Gaben zu messen, mal gucken. Meine Fresse, ja, au, 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 ja gut, komm, dann hauen wir das eben wieder rein, wenn sie es unbedingt wollen. Bei Mana alle und so, hm, das ist nervig hier. Nehmen wir auch noch den Halt dran, weil wir können es ja. So, nein, ach, das müssen auftauchen aus dem Wasser und dann nur noch drei Zentimeter fliegen können, das ist nervig, sehr nervig. So, ist da was, zünnest, ah, wieder so ein blöden Ranz, ah, ihr Schrott, scheißen Dreck. Green Torch. Jetzt nur mal ein bisschen über das Wasser. Achso, hier, solche. Der ganze Lepper war hier doch nochmal gewesen. Ähm, ja. Das kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ganz schön viel erkundet. Und jetzt hier ist es. Die Wengro war doch wieder so ein Ding ins Kirchen. Zum Beispiel da. Nennt sich Raum und so. Müssen wir einen Schlick mitnehmen. Oh, ganz schön. Ähm, ja, da so. Oh, meine Fresse. Nervenzägen hier. Ich gehe da oben jetzt auch lang. Natürlich einfacher. Ja, genau. Ja, ja, genau. Hallo. Wieso kann ich nicht so hoch fliegen? Achso. Da habe ich mich einfach mal nach links. Ja, komm. Und nach unten, weil Lava und so, äh, weil Wasser und so abschließen lassen. Oh, ja. So Und noch mit Fledermas, äh was ist die Probestafel, ja toll. Oh ja, war noch eingesammelt, ja haben wir. Äh, nicht mit dem Bora, ganz blöde Idee gewesen. Das wollte ich doch, ach, die sind alle? Nee, ich bin doch nur auf die Haartasse für sie nicht gekommen. So, äh, na dann war es halt die Haartasse. Achso, da brauchen wir aber nicht mehr. Das ist vorerst nichts. Ja, sagte auch, wurde von einer Biene getroffen. Ähm, äh, Wespe. Vorn ist sie. Was auch immer. Jaaa, endlich. Gut. Sooo. Eine Mimic Box, das suchte ich doch lange. Jaaa. Jaaa, komm, dann eben sooo. Dann ist aber schon mal ein Crossneck-Lift gefunden. Hm, whatever. Dann auch ein bisschen Schrott hier. 10.000 Mimic Boxen, da haben wir nichts drin was wir suchen. Ah, Life Foods haben wir auch schon mit dabei genug. Ich will noch ein bisschen hin und her laufen. In der Hoffnung das Ding zu finden. Sooo, wir sind, oh, ähm, ja, ne, ist klar. Äh, 7. Dann nimm mal die Wache. Sooo, Moment, da ist nichts. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Platz gerade. Ich könnte jetzt auch mal dieses Rüstungsbandagen-Dingsbums-Teil da droppen. Wie auch immer das jetzt noch heißt. Ich glaube, Armor-Polish. Können wir schon mal wieder ein Accessory verbünden. Und einen Schritt näher in Richtung... Äh, äh... Äh... Ankh-Charme? Ne, Ankh-Shield. Da kommt noch den da mit. Das ist die Titan. Wann es doch nicht. Woئ not? Oh... Ne... So schwer, ach, so wenig H4 wollte ich sagen, ach, was soll der Geiz, so, halt, man kann. Ja. Little Kristall, why not? Ach, ja, ja, noch mehr Giraffe hier. Ach so, ein Skelett. Egal ob du was getroppt hast oder nicht, es ist wahrscheinlich in der Labeversorgung. Das wird noch mal Gießen sein, oder? Mal gucken. Jo, die hab ich jetzt keinen Bock mehr zu nehmen. Das Taschenloch, ey. Obwohl, ich könnte ja mal kurz reingucken, vielleicht ist ja eine Statue, die wir brauchen. Äh, ja, gut, drei Fackeln, das ist halt so. Nee, haha, Expectinator. Naja, da ist ja eh nur Schrott drin. Nehmen wir ja nicht mit. Naja, der Rest lasse ich auch drin. Naja, dann kommen wir hier eh noch mal vorbei. Noch eine Kiste. Gut, lassen wir. Der enge Knopf glaub ich gerade gedrückt. Waaah, 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 waaah. Sooooo. Soooo. Sooo. Soooo. Ich gehe nochmal bis Shine ausgelaufen ist oder bis Night Owl ausgelaufen ist, gehe ich nochmal hin und her ein bisschen, die drei Minuten machen wir noch, vielleicht finden wir ja noch ein paar Mimic Boxen, vielleicht haben wir ja Glück, weil die Dropper hat jetzt glaube ich so ein Siebkel, oder eins zu sieben, oder eins zu sechs, oh hier kann man, na was droppst du für mich, ich hoffe irgendwie nix, äh doch, ich sammel es mir nicht ein, weil die Taschen wieder voll sind, ja gut, dann machen wir das halt auch noch, komm, oh, darf ich mal ganz kurz diese blöde Kiste ablegen, meine Herren, ja so, krieg's weg, mitnehmen, irgendwie sieht das nicht danach aus, so, äh, nach weiteren Mimic Boxen aus, wollte ich sagen, jetzt geben wir uns mal manuell hoch, noch ein bisschen zumindest, oh Schlick, jetzt verrenken wir fast, weil wir einfach drin stehen bleiben, oh, wieso auch nicht, oh, wasser разб kenz pelo發現 equilibrium haben, boah, hast nicht so viel angesprochen, ich hab das nicht so viel angesprochen, dazu habe ich dann was Ne nicht.